Ah, besser. Was machst denn du hier? Hoppa, hoppa, hopp, hopp, hopp. Rechts, ich geh rechts lang. War's gut? Ja, rechts war ganz gut. Äh, toll, meine Sachen sind nicht aufgeladen worden. Das liebe ich ja. Hoppa, danke. Hopp. Äh, nee, anders. Hopp. Das Spiel und meine Nerven. Wir haben so eine Hassbeziehung irgendwie so, ne? Und was ist hier? Oh, hier bin ich mal richtig. Jibbi, jetzt geht's mir wieder gut. Außer da sind so unsichtbare Löcher. Dann geht's mir grad wieder schlecht. Guck mal, Krokus. Das ist ein Krokus im Boden. Nom, 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 nom. Hoppa, hopp, 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 Bienen, nein. Nein, es sind Bienen, es sind Bienen. Warum sind's Bienen? Warum seid ihr da? Geht doch weg. Oh, nö. Och, nö, das ist jetzt blöd. Ganz ehrlich. Nö, 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 nö. Was mach ich denn jetzt? Ich bin tot, ne? Jupp. Hab's mir so vorgestellt. Ähm, ja, doch, hier lang ist schneller. Die Items sind ja eh weg, die sind ja nicht mehr da. Und wenn ich einfach nur hoch will, ist der schnellste Weg hier lang. So. Löcher am Boden gab's keine. Noch keinen Fortschritt in dem Level irgendwie gemacht. Ich bin irgendwie immer noch ganz am Anfang. Das verwirrt mich. Ich hab was aufgeladen bekommen. Okay, dann machen wir jetzt mal doch etwas Rushjet. Äh, ja, komm. Aua. Oh, sie fliegt so schnell wie meine Geschosse. Das ist blöd. Okay. Stop, stop, stop. Aua, aua. Geh weg. Geh weg. Toll, was lade ich denn jetzt auf? Äh... Jet im Zweifel. Immer Jet. Jet ist ein Arschretter. Alles andere ist im Zweifel nur dumm und nutzlos. So, noch eins für Jet. Huch. Ich glaub, sie ist grad... Ne, doch. Ne, egal. Nein. Nein. Verschwindet. Verschwindet doch einfach. Ich will doch gar nichts von euch. Das muss doch alles net sein. Hau mal ab. Rusch. Geh weg. Nein. Nein. Tod durch Biene. Tod durch Biene. Wie tragisch. Hallo Hund. Na Hund. Wie ist es? Auch so gut wie bei mir? Ho, 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 ho. Ein Hundeleben, hm? Wie viel Leben hab ich? Hey, noch vier. Okay, und ich bin beim Boss. Oha. Huch. Das sieht aus wie der Raum von, oh ja, dem gelben Lieblingsfreund. Ja. Bam. Ha. Ah, der Lieblingsfreund. Was? Fick dich. Fick dich. Nein, net fallen. Fick dich. Was ist denn das für eine Scheiße? Ein Boss, bei dem kein Quicksave davor ist. Jetzt legst du das Spiel echt nur noch drauf an. Also jetzt willst du wirklich nur noch die Leute anpassen. Und nix anderes mehr irgendwie. Huch. So, ich hab dich verschwindend gemacht. Sagst nix mehr, hm? Hm. Geht ja gar nicht. Bist ja weg. Ha. Aua. Danke. Nicht schon wieder. Nicht schon wieder diese Scheiße. Nein. Geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg, geh weg von mir. Geh weg von mir. Naja. Toll, meine Energie ist schon wieder nur auf der Hälfte. Super, und was für eine Scheißwaffe nehme ich jetzt gegen den Penner diesmal? Hier, wieder Blitz. Blitz hat beim letzten Mal schon so gut geholfen gegen den. Sehr schneller als früher, ich weiß gar nicht. Äh, hopp, hopp. Das hat schon immer so lange gedauert. Hui. Okay. Äh, toll. Juck den überhaupt nicht. Aua. Scheiße. Aua. Scheiße. Alles ist so schrecklich. Die Welt ist so blöd zu mir. Nein, geh weg. Nein, geh weg. Warum blinke ich? Was ist geschehen? Warum blinke ich? Ich hab bestimmt Roboter-Aids oder sowas. Deswegen blinke ich. Das ist bestimmt das Anfangsstadium. Toll, ja, es macht Schaden, aber... Hups, hups, hoppala. Entschuldigung. Alles wird gut. Bitte verzeih mir. Hey, cool. Die Stacheln tun weh, auch wenn das Auge zu ist. Ja, nee. Er macht ja überhaupt keinen Schaden, ne? Ja, klar. Passt schon so. Jetzt die zwei. Falsche Richtung, du Vollidiot, du Blöder. Du Penner. Ich kann wohl nur so. Wie soll denn das gehen? Ah, das war knapp. Ah, das war zu knapp. Hoppala. Hintet, hintet. Nicht stocken. Komm ja nicht auf die Idee. Computer, du brauchst jetzt überhaupt nichts im Hintergrund mehr zu tun. Oh nein, jetzt schon wieder. Aber immer das gleiche Ding, ne? Stirb! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war der erste. Ne, das war der zweite. Ne, das weiß ich. Es war einer. Ah, hallo.